Ich bin da. Oh, ich bin in der Zimmer, wenn man schon safe ist. Ich bin an der Tankstelle. Weißt du, wie der Ausgang an der Tankstelle ist? Boah, bist du links neben mir? Nein, bin ich nicht. Moment, warte. Ich hab einen erschossen. Das war ich. Echt jetzt? Ja. Du hast Nein gesagt! Mann, du hast Nein gesagt! Ist egal, ich gehe direkt zum Ausgang. Ich gehe direkt zum Ausgang.